Mixery Massive Music Und so geht es weiter bei Mixery Massive Music. Konzertausschnitte und Interviews gibt es von und mit Materia, Dior Sons, Aloe Black, Semi Deluxe und vielen mehr. Aber auch abseits der Bühne haben wir Höhepunkte entdeckt. Ich fang mal an und sage yes, yes, yo. Ich fühl mich auf dem Splash, so fresh, fresh, yo. Ich hätte gerne Wassermelone, denn ich ruf gerade Helga. Alle Leute sagen, ey, wo ist dein Geld, Mann? Weiß ich nicht, ich bin gerade broke, alles ausgegeben auf dem Campingplatz. Ich bin nicht Stoned, sondern völlig klar. Ihr merkt es, ich bin schon heiser. Doch wen interessiert das bei diesem geilen Line-Up? Und es ist brotlose Kunst, doch wer hier ist, checkt. Hip-Hop ist nicht tot und verstummt, sondern lebt, Mann, er bebt. Junge, genieß die Show, verruppel es. Ich sag Projekt Gummizelle, let's go. Ich klatsche, Projekt Gummizelle, geiler Scheiß. Konsole an, das Spiel kann beginn. Dicke rote Wacken, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer schläft, niemals schreit. Die Atmosphäre ist einfach nur geil. Nur geil, weil man einfach nur geile Leute trifft, die sind alle entspannt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level. Spring von Level zu Level. Spring von Level zu Level. Hip-Hop ist eine richtige Musik. Musik, die meine Säule spreche. Mit einem envolaten отноzen. I hintere Solange an den Park BMW. Semi-Deluxe und auch wegen dem Feeling. Definitiv Semi-Deluxe. Weil Semi-Deluxe kommt aus Deutschland und er weiß, was er tun muss. Hier sind wir, Backstage beim Splash 2011 und er hat sich zu mir gesellt, endlich. Semi-Deluxe, herzlich willkommen. Ja, hallo. Der Griff geht eigentlich bei jedem, der eine Plattenkiste vor sich sieht, direkt in die Plattenkiste. Und ich hole jetzt eine Platte raus. 98 war es. Diese? Okay, ein bisschen ramponiert, du kannst sie umdrehen. Pures Gift. Schore für die Ohren. Richtig. Mhm. Damals. Mr. Deluxe mit dem Rorschach Report. Aha. Gibt es ein Problem, bin ich sofort vor Ort. Aha. Ihr sagt Sozialstaat, ich sag nur bla bla, sag mal, was ist das bloß für ein Wort? Wie zur Hölle kann man das Gerechtigkeit nennen, sag mal. 10% geht's gut und dem Rest geht es schlecht. Aha. Nicht nur, weil sie wenig haben, sondern weil die Medien sagen, dass die Reichen besser sind, dass so die Probleme starten. Wie war damals, und beim Splash ist es ja immer so, dass sich Hip-Hop wieder trifft, der Anspruch von Hip-Hop und wie ist der Anspruch von Hip-Hop heute? Ja, ich rede in letzter Zeit oft darüber auf jeden Fall. Guck mal, das Ding ist, ich glaube echt so, dass der Hauptunterschied ist, dass in der Generation, in der ich quasi angefangen habe, das so zu machen und auf Bühnen zu stehen, dass die Frage nicht bestand, will ich das als Beruf machen oder will ich es als Hobby haben? Es war wirklich nur unser Hobby, es gab keine vorgelebten Vergleiche, dass man daraus wirklich ein kommerzielles Ding machen kann und ich glaube, genau das hat das eben sehr gut gefördert. Leute sagen, Sam, kritisier doch mal dieses Land nicht, wir wollen Party machen, mal Spiel doch mal etwas anderes, grüne Brille oder bis die Sonne rauskommt, ey, ich hab was Neues dabei, okay, komm auf den Punkt, ich sag, wie kann es sein, dass Bildung hier heute ein Privileg ist und jedes zweite Taxi im Land hier ist ein Mercedes, sei mal zwar ein Polin, hilf mir auf die Sprünge, ich versteh das nicht, so viele facken, viele sehen es nicht, du kannst es nicht sehen, dann komm ein bisschen her, ich schätze vor. Ich persönlich habe gemerkt, dass das Coolste eigentlich ist, Leute zu treffen, nicht die irgendwas Krasses haben, sondern die was Krasses können, weißt du? Und das ist, was mich immer inspiriert und habe mir auch was aufgebaut mit dem Studio da jetzt, dass ich einfach genauso wie es damals war, genauso Musik machen kann, weißt du, was die Jahre zwischendurch nicht so leicht war, einfach immer irgendwo sich einzumieten und dann da kurz mal so deinen eigenen Vibe zu kreieren, ist gar nicht so leicht. Das Album ist jetzt ungefähr das vierte schwarz-weiße Album, was ich dann gepickt habe, und da gibt es ungefähr drei, vier Tracks, die von Anfang an dabei waren, die dann wirklich immer wieder überarbeitet wurden und so und vieles ist einfach weggefallen und neu dazugekommen, aber so ein paar Sachen auf dem Album sind wirklich mindestens durch 30, 40 Produktions-Sessions gegangen, immer wieder herangesetzt und so einen Tag damit verbracht. Business macht, ich brauch Scheine, will Scheine, krieg Scheine egal wie, ey ich sag Fakt ist, dass der Schüssel zum Erfolg die Bildung ist, Fakt ist, dass der Preis für Bildungen nicht billig ist, Fakt ist, dass viele abfacken, der Stapel bedingt ist, weil er sie nicht richtig unterstützt, der Sal bin ich ist, der die schlechte Los überbringen muss, sinnlos, Leute, höre nicht auf die Worte, nur auf den Rhythmus, okay, dann kombiniere ich das mit einem Tanzschritt, vielleicht hätt nicht so schön wie früher ein Hit gelandet... Das Ganze kommt am 29.7. raus, die Hip-Hop-Welt ist wieder gespannt. Noch zum Abschluss, gibt's noch ein Act hier beim Splash, den du dieses Jahr besonders feierst? Ich wollte Alu Black mir immer mal angucken, auf jeden Fall. Neben mir steht da einer der Headliner hier beim Splash 2011. Willkommen, hallo Black. Hi. Nice to have you on the show. How do you prepare in your mind for a show like this? I don't know, I'm already prepared, really. Look, I make music and I'm here to present it, so the people are here to see it. It's a great combination, like they're here to see it, I'm here to give it. We're both prepared already. It feels perfect. But do you change your setup for kind of a Hip-Hop-Festival or just playing like the normal setlist? I have the same, it's the same musicians, we'll play mostly the same setlist. We might do something special today for a Hip-Hop-audience. Okay. So, we'll see. Yesterday, Chuck D told us that the music scene from the US, if there would be a music Olympics, wouldn't get gold or silver or bronze. And do you think Germany can, or especially Berlin, can get some vibes into the world? Yeah, probably. I mean, the vibes are everywhere. And I think wherever there's a fostering of art, you'll have some competitive artists. And I can see it happening in Berlin right now, I can see it happening in other cities too around the world. But the most important thing is when the government is not hindering artists. And it seems like in Berlin especially, there's definitely some appreciation coming from the government. And also people coming from a lot of different places to set up a foundation in Berlin, because they know that it's, it's sprouting with, with creativity. Thank you. Hello, Black. The Flash is actually, every year, very cool. For me, it's the sixth Flash. Here's the band from the last three years. It's actually always a cool experience. Three, four days of a party. When it's done, when you're in the world you're not streaming. When you're on the right way, you're on the right way. When you're on the right way, you'll need our best. Whoa. Would you like this? Let's go! Ein Applaus für Jotta! Ein Applaus für Mekis! And ein Applaus für den Regen bitte! Danke schön! Tschüss! Bisher saws ja ganz gut aus eigentlich mit dem Wetter. Die Sonne, everyone got proud, all me and played on the right side with the control of the frei. To me, I got really excited about it. Und dann irgendwann musste es ja so kommen. Die dunklen Wolken kamen und haben jetzt doch etwas rabiat die Orsons unterbrochen, die gerade ihr Konzert abgebrochen haben. So kann das auch gehen beim Splash. Aber die Massen sind noch da. Und dann hat der Himmel sich gedacht, komm, ich brech wieder auf und er bereitet uns was Wunderschönes. Einen Regenbogen. Jetzt kommt gerade noch Gewitter. Aber so kann es halt gehen beim Splash 2011. Mann, Mann, Mann. Alle sind aus dem Häuschen und Schillen, bei euch ist es mucksmäuschenstill. Marteria, willkommen. Hallo, wie war? Hallo. Willkommen herunter. Ihr seid gerade eigentlich direkt von der Bühne gekommen, so quasi eigentlich. Ich habe jetzt von der Bühne heruntergerollt, praktisch zu dem Interview. Ja, und wie war das so auf der Bühne noch? Wir haben heute mal, glaube ich, gezeigt, wo der Hammer hängt in Sachen Live-Performance. Bei uns wird es laut, jetzt wird aufgedreht. Titten hoch, Ende raus muss sein, wenn wir saufen gehen. Alle sind aus dem Häuschen und Schillen. Bei euch ist es mucksmäuschenstill. Bei uns wird es laut, jetzt wird aufgedreht. Wir fahen Taxi, ihr könnt ja nach Hause gehen. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, heute aufzutreten. Mit Masimoto, mit Chefcat, mit Yasha bei Verstrahlt und mit dem ganzen Rauch. Und Masimoto, Wahnsinn und so. Es war einfach so ein... Manchmal hat man ja so ein Gefühl, bei so Live-Auftritten wurde von Anfang an weiß, so, ja, das wird geil heute. Und manchmal bist du halt eher so, okay, mal gucken, wie das so wird. Und heute war das, glaube ich, von Anfang an der Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall deswegen was wahnsinnig Besonderes. Und deswegen sind wir so froh, dass dieser Auftritt heute so perfekt war. Man kann sagen, das war wirklich so der schönste Auftritt, den wir jemals hatten. Weil alles perfekt war. Leute, sagt mir, wer sind die Coolsten? Keine Ahnung, ich sag's euch, Indianer, Jana, Jana, kein Ding, sich zu outen. Cowboys, Roadback Mountain. Eine Jana geht in den Club. Braucht kein Geld, bezahlt mit dem Fuchs. Raucht Weed, baut die Pfeife selbst, fühlt sich wohl auf dem Splash, der wird fliegen erzählen. Außer vor fünf Jahren einmal war ich jedes Jahr hier, auch beim allerersten Splash, wo noch 2.000 Leute da waren. Und bei uns ist es ja auch Tradition, dass wir immer auf den Zeltplatz pennen. Also nicht auf dem WP-Zeltplatz oder da im Hotel, sondern auf dem richtigen straighten Zeltplatz. Und das ist natürlich auch dieses Jahr wieder gemacht. Und dieser Vibe, das Festival-Ding, das machen wir natürlich nicht überall, das machen wir halt nur hier. So war das einfach, du kannst auch nicht, wenn du Auftritte hast, musst du dich auch entspannen, mal duschen, ein bisschen frisch werden. Und auf dem Zeltplatz weiß man ja, mit dem Trichter und da und hier und der ganze Wahnsinn. Und drehen wir einen kurzen mit und da nochmal. Und da noch ein Steak und da wieder einen kurzen, da. Und jetzt ist es natürlich so, dass man eine Bekanntheit hat. Aber trotzdem sollen die Leute verstehen, so hey, wir haben doch hier immer so gezeltet. Und wir machen das mit der Crew immer und das ist Pflicht, das haben wir damals gesagt. Und die Leute freuen sich ja dann auch auf dem Zeltplatz. Ich hab's gestern erst nicht geglaubt, als die KIZ-Herrschaften erzählt haben, du hast dir das tätowieren lassen. Ich hab immer die gesehen. Ich würd's gerne sehen. Bisschen geschwitzt. Alter Vater, da. Da steht einfach mal Paul Ripke. Wo ist er denn? Interessante Runde beim Splash 2011. Danke. Sicher kommen wir nächstes Jahr wieder auf Splash. Ich mein, das ist ein Familientreffen hier. Das muss jedes Jahr sein. Die Sonne geht gerade unter, wie man es sehen kann. Und das heißt, an dieser Stelle für uns alle, das war's mit Mixery Massive Music vom Splash 2011. Wir haben eine Menge gesehen. Viele, viele große Künstler haben wir wieder performt. Die Masse war zufrieden, auch wenn das Wetter einmal kurz eingeknickt ist. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Also, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal bei Mixery Massive Music. Mixery Massive Music. Auch zum nächsten Mal bei Mixery Massive. Tschüss. Tschüss.